Musik 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 Natürlich wollen wir heute einen ganz gewissen Gast begrüßen, der eigentlich immer so einen ganz dicken Bauch kriegt. Wenn er zu viel ist, vielleicht wisst ihr schon, wer das ist. Der hat so zwei Hörner auf dem Kopf. Wie könnte es sein? Der Teufel. Genau. Wir werden uns mal eine Musik einspielen und werden mal den Teufel holen. Mal sehen, wo der ist. Musik 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 Lass mich, ich nehm jetzt ganz, ne? ciao hii x 4 Hoi x 4 Ist mir heute wieder schlecht, was war Arzt? Ich hab die ganze Buch rum angefangen und ich hab die ganze Fachkrise gefissen hoi x 4 ist das mehr schlecht heute. Was wollt ihr ihr alle? Was? Kann er mal feiern? Nein! Kennt ihr denn schon unseren Schlachtruf? Unser Schlachtruf, wie geht denn der? Wie geht der? Wie ist der? Uiuiui! Das wäre es aber nicht. Also, wir ruft alle Huri Huri und ihr ruft Schluck Schluck. Wollen wir es mal probieren? Ja! Also, drei, vier. Uiuiui! Schluck Schluck! Hä? Nochmal. Uiuiui! Schluck Schluck! Das geht ja noch nicht los. Wir werden mal teilen hier. Erstmal hier drüben, der lange Tisch. Uiuiui! Schluck Schluck! Hat er nur Spaß mit dem Ausgeschlafen? Jetzt hier drüben. Hoiuiui! Schluck Schluck! Naja. Und die Mitte. Hoiuiui! Schluck Schluck! Aber besser. Die passen besser. Jetzt noch mal eine Dreie. Zusammen. Eins, zwei, drei. Hoiuiui! Schluck Schluck! Hoiuiui! 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 Schluck Schluck! Na bitte, das war schon was besseres. So, und da wir heute Karneval feiern, haben wir uns natürlich was ausgedacht. Und als erste Überraschung für euch alle, ist unter euren Stühlen was angebracht, was euch mitnehmen können. Dreht mal die Stühle und guck mal was da hinten ist. War das gut? Jo, und jetzt geht's los. Jetzt machen wir weiter in unser Programm und wollen wir jetzt reingehen. Hon. Do you like me? Jajajaja! Was ist denn hier ein Dreieckfleiß? Was ist denn so gar nicht? Wissen Sie doch gar nicht? Was ist denn dein Sonntagsschlag? Mach mir, an. Was ist los nochmal? Ob denn ihr euch hier zu Hause ist? Ich glaub doch nicht in eurem Pool drauf und rum. Ich bin da gerne bei Beirat. Oder? Na, zu was seht ihr hierher gekommen. Um zum Stimmung zu kommen, nicht? Und was war neben, die Hexenballerina, die macht das für euch. Euch gehört euch der Hexen-Dahl. Also los! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020